Hey ho, was geht ab Leute? Euer Marzel hier. Ich habe eine kleine Info für euch. Seid mir nicht böse, aber heute wird kein Video kommen. Bei mir geht es im Moment gerade nicht ganz so gut. Ich habe Kopfschmerzen und muss auch noch ein paar andere Sachen machen, die ein wenig Vorrang haben, was auch Arbeit und sowas betrifft. Deswegen tut es mir echt mega leid. Ich werde mich aber spätestens morgen oder am Wochenende wieder dran setzen. Wir haben auch noch genug Material, das veröffentlicht werden kann. Also keine Sorge, entweder morgen kommt wieder ein Video oder übermorgen. Nur die anderen Sachen haben erstmal Vorrang und ich hoffe, das versteht ihr und seid mir nicht böse. Bis dahin sehen wir uns entweder morgen oder am Wochenende, wie ich es jetzt bestimmt schon 15.000 Mal gesagt habe. Und wünsche mir gute Besserung, denn ich habe mega Kopfschmerzen. Oh ja. Miau. Ich sage auch dann. Ich sage auch dann. Tschüss.